Hallo und herzlich willkommen hier im Soulmate Bereich und es gibt für euch einmal Amos Botschaft ganz exklusiv. Beautiful Uncaging, also das wunderbare Öffnen, auch die Herzöffnung dabei, das Aufmachen, das Erblühen von Liebe, also schöner kann das Grundthema ja erstmal wieder gar nicht sein und wir schauen jetzt hinein. So, ich ziehe mir das Energiefeld auf und channel euch die Botschaft entsprechend durch. Ich stelle mich gegen mein Glück. Es sind um mich herum Menschen, die mich beeinflussen in eine falsche Richtung, denen ich nicht mehr vertrauen möchte. Auch hier muss ich und werde ich eine Entscheidung treffen, um wieder ganz zu mir selber zu finden. Ich habe auch ein Arbeitsthema an meiner eigenen Person. Ich möchte die Partnerschaft haben, ich möchte eine Lebenspartnerschaft mit dir eingehen. Ich bin im Moment in der Veränderung drin und in Gedanken ganz fest bei dir. Das ist eine schöne Botschaft, die da durch kann. A Tall Tale, eine ganz große Geschichte, die für euch beide jetzt beginnt und die weitergeht. Und ja, da wünsche ich eigentlich allen, dass diese Geschichte genau diese Größe annimmt, die du dir wünschst und diese Liebe sich so formt, wie du es dir wünschst. Von meiner Seite alles Liebe. Von meiner Seite alles Liebe.